Sagt mal Jungs, wie habt ihr das denn geschafft? Korruption. Auch. Aber tatsächlich ist Thomas als Schlagzeuger in der Band zwar der kleinste, aber auch der schwerste. Wir mussten ihn mit vier Leuten hochheben und unangenehmes Werkzeug benutzen. Aber hey, hat funktioniert. Und es hängt immer noch. Talk Dodge Chaussee wär doch was, oder Peter? Ja.